Wenn ich beim Obi auf den Einkaufswagen am Griff diesen Hinweis lese, dass man erst sein Kind rausnehmen und dann die Wagen zusammenschießen, da fällt mir nix mehr ein. Das schreiben wir nicht umsonst darauf. Das hat ja irgendwann mal jemand gemacht. Ich tippe mal, es war ein Mann. Ich gehe dann mit seinem Einkaufswagen zum Schluss zurück zu den Einkaufswagen und denke sich so... Das ist komisch. Da blockiert doch irgendwas. Das kriegt mein Euro gar nicht raus. Sei mal still, der Papa muss sich konzentrieren.